Ja, der Roman hält schon wieder fest, ich bin schon wieder bei diesen bösen fossilen Brennstoffverbrennern. Die Sonne scheint auch, also wir werden alle sterben, diesmal nicht an der neuen Pirola Mutante, der Roman wird dazu einen Bericht verlinken, jetzt ist es nämlich so, dass wir endgültig alle dahin gerafft werden, also müssen wir uns gar nicht mehr auf die Straße kleben. Viele schöne Fahrzeuge aus vergangenen Tagen, das heißt, wir nähern uns jetzt zu Sisteiner, da ist heute nämlich Rocking Diner Fest, heute ist, damit man das auch kalendarisch festhält für die Nachwelt, der 9. September 2023, das heißt, wir nähern uns bald dreieinhalb vollständigen Jahren Irrsinn. Heute wäre auch im fernen Wien, also ihr wisst schon, in der Schikanenhauptstadt der Welt, jener Bundeshauptstadt des unfreundlichsten Landes der Welt, eine Demonstration gewesen, auch mit Fahrzeugen, nachdem ich heute allerdings mein Fahrzeug einmal vollgetankt habe, um hierher zu kommen, und dabei, ich werde das einfach festhalten, ganze, mit QR-Code, das ist immer ganz wichtig, ganze 59,2 Liter getankt habe, für sage und schreibe 100 Euro, man muss dazu sagen, da sind inzwischen 10% Bioethanol dabei, also eigentlich, was CO2-neutral ist, weil ihr wisst ja, CO2, wir werden alle daran sterben, deswegen ist es immer gut, wenn man Bäume umschneidet und stattdessen Windräder hinstellt, und, ja, wie gesagt, 10% davon sind eigentlich gar kein klassischer Treibstoff, fallen aber trotzdem mit der CO2-Steuer und so preislich da voll rein, kann richtig viel, hebt richtig die Laune, aber immerhin, ich habe jetzt immer noch 10 Euro plus, weil die Frau Leonore, die ja jetzt quasi schon vor Wochen oder, um nicht zu sagen, schon vor Monaten angekündigt hat, dass der Klimabonus jetzt ausbezahlt wird, die wird ja jetzt demnächst ganze 110 Euro, wie gesagt, postalisch bereits vorangekündigt, an mich als österreichischen Steuerzahler zurückzahlen, also die Tankrechnung plus 10 Euro sind investiert, und die werde ich jetzt für den Roman und mich für ein Kaltgetränk ausgeben, und inzwischen schauen wir uns nach diesen bösen, 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 bösen Platz wegnehmenden, nicht elektrifizierten, in böse schwarz gehaltenen Fahrzeuge und so an. Schwarz, die Laune. Ja, hat eben die Vergangenheit, wo alles besser war. Ja. Ja, ja, sogar aus dem fernen Braunau hat jemand eine Zeitreise gewagt und ist nach Salzburg gekommen, mit dem einzigen jemals aus nicht rostenden Metalldeparten Fahrzeug. Trotzdem sind davon nicht viele übrig geblieben. Der geneigte Filmfan. Der geneigte Filmfan wird dieses Fahrzeug kennen als Zurück in die Zukunft. Ich hätte mal gesagt, der Roman hat das schon völlig richtig festgehalten. Das sollte eigentlich zurück in die Vergangenheit sein. Aber wie gesagt, da hat man solche Autos gebaut, hat bessere Musik gemacht, etwaige Straftäter wie ein Prechtmeister wären für einen Drogenmissbrauch und den 70-fachen Sexualdelikt, elektronisch daran aufgegeilt, verurteilt worden und zwar nicht nur zu einer Bewährungsstrafe. Und wie gesagt, wir leben in der neuen Normalität noch nicht alle. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin ein ganzes Wartier. Ich bin ein ganzes Wartier. Was ist die Harte? Motorraddirektion ist auch vertreten. Auch noch aus der Abteilung Benzinfresser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Quiero que seas mi amante, mi vida quiero darte, solo por ti, quiero vivir, solo por ti, quiero vivir. Hältst du da fest, dass ein Salzburg-US-Car da ist? Nicht damit man jetzt mahnt, es kommen nur Leute aus Laufen und Bergsgaden, es ist ein Salzburg-Land und es ist ein Stadt-Salzburger. Also die Szene ist zahlreich vertreten. Ich vermute mal, der Rest ist nach Wien gefahren auf die Demo. Und es tut voll aktiv. Ich bin ein böser, alter, weißer Mann, der täuscht manchmal einen Sarkasmus vor. Hallo Partner, seid einmal wieder komplett. Ich der Schlüsselanhänger von Elvis und Elvis the King lebt. Ich hab einmal gedacht, nachdem du schon den ganzen Tag rumkriegst, hab ich mir ein Bier-Markerl für dich. Lustige Motive auf meiner Dose Cola. Der Roman hält fest. Was hält der fest? Ich sag, der Roman hält fest. Ich hab da lustige Frauen-Power-Motive auf meiner Cog Zero-Dose. Ich hab einen umweltbedenklichen, unbedenklichen Bier-Strohhalm, den ich nicht brauch, weil ich eh ohne Lippenstifte und so unterwegs bin. Umrühren muss ich auch nicht. Kosten tut das Bier und das Cog Zero 10 Euro. Ja, da haben wir einmal wieder zugelogen in der Gastro-Stadt Salzburg. Aber nachdem Susi Steiner quasi da ein Muskel für Grillerei und sonst was zu sorgen hat und ein, ich hätte einmal gesagt, schwurwahrfreundliches gastronomisches Dasein geführt hat. Ja, letztens gab's die noch Streu mit Glas, gell, wenn wir uns erinnern können. Ja, die gibt's jetzt nur heute wegen der Party nicht, weil wenn da jeder mit Glas-Stroheln rumrennt, die Verletzungsgefahr. Ja, ja, die kleinen Kinder sind halt freilaufend, ist sehr klar. Genau. Zum Wohl. Zum Wohl. So, und da, was bringst du denn dafür Marmelade? Das ist ein. Das ist ein. Das war's für heute. Schau, der ist den weiten Weg aus Texas hergekommen. Ja! Der Coyote, der sitzt hier auch an meinem Haus, das habe ich euch schon gesehen, das ist die erste Alkoholleichen des Tages. Alles gut, der Überraschung befindet sich. Alles gut, Susi, alles gut. Du weißt ja wie ich bin. Wir haben da hinten noch mal so einen lustigen Tisch zum Zübiseln. Ein bisschen Einwurm holen und ein bisschen Grenzwertigkeit. Im Moment ist ja noch keiner da, dann machen wir das einfach mal. Schau, ich schau die Susi auf am Bierdecken. Der Roman hat mich gerade aufgeklärt, dass heute benzinfreie Tage in der Stadt Salzburg sind und somit theoretisch der Obus und so weiter mal wieder kostenlos waren. Was aber natürlich im Obus selber nicht angegeben wird. Der Roman hat einmal ein Video gemacht. Ich finde es eigentlich total toll, dass ich für 100 Euro heute Sprit gekauft habe, wo wir benzinfreie Tage haben. Da sieht man wieder, ich bin sowas von Bildungsfern und Rechtsradikal und was man da sonst so ist. Was hat denn Misanthrop in den Bus verloren? Im Bus gefahren bin ich das letzte Mal, irgendwann Anfang der 2000er. Weil das Problem ist, da müsste ich mit Menschen unterwegs sein. Darum sage ich, was tut da Misanthrop drin? Das geht gar nicht. Also öffentlicher Verkehr ist eine tolle Sache. Für vorne scheiße. Aber nicht schlecht. Ja ja, das ist auch noch aus der guten alten Zeit, als man Fahrzeuge noch gehört hat. Foto- und Videoaufnahmen sind während der Veranstaltung aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht gestattet. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Das ist ja ja. Die 3.50s, gell? Ich glaube nicht, dass die, wenn ich mir die Herrschaften so anschaue, die haben sich ja halt wohl gehabt. Weg weg auf. Aber man wird sie. Die Schwule bleibt erst. Immer. Immer. Nummer 13. Keine Knoten daneben. Einmal. Eighty-S a-week. We're something up to show I care. Ooh, I need you love me. Girls, it's now it's true. Hast du die Notenständer festgehalten? Ja, natürlich. Die Oberen. Rechensterelevanten Notenständer. Aus dem Grund muss ich die Musik wieder ausschalten, weil sonst muss ich wieder ins Gremnis wandern. Elvis braucht mit uns! Yeah, vielen Dank! Walk in the room! So, die Stimmung ist schon fast auf dem Höhepunkt, wie ich versuche. Deswegen... Jawohl! Genau, genau, genau! Wir haben auch die Tochter, ne? Das war ein ganz spezielles Kassi. Also, wir haben es nicht, wir haben es nicht besser. Ich würde sagen, jetzt, wo es das am meisten bei Holstheim, kann es noch schlimmer werden. Ah! Jetzt, wo es das Kalifornien am meisten bei Holstheim, kann es noch schlimmer werden. Hahaha! So, der Rottis ist auch weg! Ja, der muss aber heute noch laufen zurückfahren! Was mehr? Um 18 Uhr macht es die Grenze wieder dicht! Das heißt, bei den Campos früher haben wir dann schlecht weder, oder? Nein, das ist... Ja, der Team T-Bahn! Ja, der Lange 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 T-Bahn! Nein, nein, von T-Bahn! Elvis hat mich schon darauf hingewiesen, über die Bierbank gespielt! Dann klären wir einmal die Spielregeln! 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 Wie sagt man dazu? Ja, Spielregeln wahrscheinlich, aber nachdem ich ja quasi kein Sympathisant der Kanschlertroptrin von Alkohol und oder Psychopharmaka bin, sondern da quasi jetzt ohne Powerfrau im Sinne der amerikanischen Kriegstreiberei zuckerfreie Limo trinken, kann ich über Bierbong wenig erzählen. Ich habe auch so Gesellschaft Trinkspiele nie besonders toll gefunden, weil wenn man heutzutage trinken will, dann soll man trinken! Und wenn man jedes Mal ein Spiel braucht, dass man eine Rechtfertigung hat, dass man jetzt ein Bier oder einen Shot trinkt, das ist meines Erachtens noch schwach! Du wirst jetzt lachen! In den 90 Jahren, wie ich bei meiner als Criminal Rebel Gang war, da haben wir sogar das mit Schach getriebene! Eine Saufspielversion! Ja, wie gesagt, ich war nie ein Freund von Trinkspielen, ich war auch nie ein Freund in einer Bar mit Schere, Steinpapier um Shots oder so, wenn ich persönlich sage, ich will was trinken, dann trinke ich, dann kann ich mir das auch leisten, dass ich das trinke und dann brauche ich da keine Rechtfertigung und muss auch um das Getränk nicht spülen im Sinne des Preises, also ich kann mein Bierbong nicht wirklich mittreten. Was allein schon mal daran liegt, dass ich den Gedanken, dass man einen Tischgehendes Ball in eine längere Zeit abgestellte halbe Bier schmeißt, den weder in der Hand, ich finde es unabbetötlich und das abgestandene Bier dann zu trinken, wenn es länger steht, ich finde es nicht toll, aber da kommt halt wieder durch, dass ich mit der bespaßungswilligen österreichischen Volksseele ganz wenig am Hut habe. Du spielst bei dir aber, du. Ja, bin ich. Du hast auch Misanthrop und so, Prost. Aber also erklärt es mal, habt ihr es auch schon mal im Bierspiel mit Schach gemacht? Wenn ja, schreibt es uns bitte nicht unter die Kommentare. Vielleicht schreiben sie mal doch, wenn man das mal andersrum sagt. Ja, schüttelt den Kopf, da brauchst du nicht mehr viel dazu sagen. Hüpft Mädchen Röckstein, hüpft! Hüpft! So Elvis, ich werde jetzt ein paar Lose einlösen, und da schauen wir mal, was wir gewonnen haben! Das sage ich dir sofort! Ich werde noch nicht einmal reingeschauen, da sind wir noch einmal so neugierig! Nein, wir sind ja 27! Boah, du bist da weiter unten! Ich wollte gerade sagen! Also ich habe die 139! Schau, 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 schau! Dann nehmen wir doch einfach, haben wir den Fahrzeugen, jawohl! Haben wir schon gelöst! Vielen Dank! Cooler Scheiß! Cooler Scheiß! Ich bin die 139! Jawohl! Ich krieg jetzt den Cadillac, oder? Ja! Ja, alles gut! Das ist ja wirklich ein Hammer! Schaut mal, Suzy Q's! Der ist in Lokal, da kann man supergute essen! Ich sage es euch, zum Trinken gibt es auch! Und sexy Könnerinnen, gell? Du bist so gemein! Grüß dich! Schönes Erfolg! Ehrlichen Nacht! Schönen Tag! Tschau! Bis dem Wahnsinn! Ja, schau! Tschüss! Seid ihr doch noch da? Naja, wir haben jetzt Doppelalose eingelost, auf der Tagesack, und haben beschlossen, dass wir uns jetzt der Konservmusik, bevor die Band wieder anfangen, entziehen! Ja, es geht auch! Tschau! Elvis left the house! Na, Elvis geht jetzt quasi und schaut nicht, dass... Plötzlich und unerwartet, meine Damen und Herren! Bitte in die Hände klatschen! Ich schaue mir da einfach noch einen schönen alten Europäer an! Mit viel Liebe im Detail aufgestellt! Ah, den Wokkel Elvis habe ich auch nur in Silber! Schön schön! Au, ja, ja, im Blechtkorb! Koffer! Der Boom 2! Rostlockner ist unterwegs! Ja, damit hätte ich gesagt, verlassen wir einen weiteren unglaublich heißen Samstag! Wir werden alle sterbend verglühen und picken uns jetzt einfach nur irgendwo in einen anderen Gastgarten ohne Fahrstuhlmusik, weil das ist heute jetzt da ein bisschen für die Allgemeinheit Partizant geworden, der ja nicht ganz meins ist. Wollt ihr uns das da versprochen haben? Genau. Aber es hört seinen Hintergrund auch die Musik gerade. Und deswegen werden wir uns, alte Herren, jetzt doch irgendwo passend zu Alpenblech irgendwo hinbequemen und noch eine kleine Frühstücksgeschichte zu uns nehmen, weil auf die Nacht habe ich ja dann eh wieder nz, 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 nz. In diesem Sinne, für euch Baba. Der Roman würde sagen, gehabt euch wohl. So ist es.